Ich wollte das Video jetzt nicht so lang machen, also sag ich es kurz, Paluten hat die 3 Millionen, herzlichen Glückwunsch und kommt in ein paar Tagen auch an die 6 Jahre, aber ich verfolge ihn jetzt seit 3 Jahren, also herzlichen Glückwunsch Paluten, dass du 3 Millionen Abonnenten geschafft hast, herzlichen Glückwunsch.